Prolog. Baltimore, Maryland. Mittwoch, 22. Juli. Jazzy Jarvis verlangsamte ihre Schritte, als sie die dritte der vier Treppen zu ihrem Zuhause erklommen hatte. Mama hatte vergessen, sie abzuholen. Wieder mal. Normalerweise machte es ihr nichts aus, und auch der lange Marsch von dem Sommercamp nach Hause war halb so wild. Aber die Hitze in Verbindung mit dem schweren Rucksack war schlicht unerträglich. Sie war völlig durchgeschwitzt. Wenigstens konnte so niemand die Tränen sehen, die sie irgendwann nicht mehr hatte zurückhalten können. Denn Mama hatte es nicht nur versäumt, sie abzuholen, sondern auch den Kunstbazar vergessen. Über eine Stunde hatte Jazzy an ihrem Tisch gestanden, den Blick auf die Tür geheftet, alle ihre Projekte sorgfältig vor sich ausgebreitet. Die Schale, selbst getöpfert, bemalt, glasiert und anschließend gebrannt. Die Zeichnungen, mit denen sie sich so große Mühe gegeben hatte. Und der hübsche Stein, den sie so lange mit Schmirgelpapier bearbeitet hatte, bis er wie ein Edelstein schimmerte. Alles hatte vor ihr gelegen und nur darauf gewartet, dass Mama es bewunderte. Aber Mama hatte vergessen zu kommen. Und Jazzy hatte nur mit Mühe die Tränen zurückgehalten, während all die anderen Moms und Dads vorbeigeschlendert waren und lächelnd ihre Arbeiten gelobt hatten. Und sie bemitleideten, weil sie die Einzige war, deren Mama nicht gekommen war. Danach hatten die anderen Eltern ihren Kindern geholfen, ihre Sachen zusammenzupacken und im Wagen zu verstauen. Schicke Autos, weil es ein schickes Sommerlager war. Exklusiv. Und teuer. Tante Leila, Mamas Schwester, hatte dafür bezahlt, da Jazzy's Mama das Geld nicht länger dafür aufbringen konnte, nachdem ihr Dad sie verlassen hatte. Eigentlich vermisste Jazzy ihn nicht. Er wäre sowieso nicht zum Bazar gekommen, dachte sie bitter. Er hatte immer bloß gearbeitet, deshalb hatte sie ihn so gut wie nie zu Gesicht bekommen. Mama war diejenige gewesen, die sie von der Schule abgeholt, zu Schulaufführungen und zur Zeugnisverleihung begleitet hatte. Aber jetzt war sie so anders, gar nicht mehr wie früher. Schon lange nicht mehr. Schon seit Dad weg war, vielleicht sogar schon davor. Ihre kleine Schwester Janie konnte sich noch nicht einmal an die glücklichen Zeiten erinnern, selbst Jazzy hatte sie beinahe vergessen. Während die anderen Eltern zusammenpackten, hatte Jazzy mit trotzig gerecktem Kinn ihre eigenen Sachen eingesammelt. Ihre Augen hatten gebrannt, aber sie war fest entschlossen gewesen, sich nichts anmerken zu lassen. Schon gar nicht vor diesen reichen Kids, die sowieso auf sie herabschauten, weil ihre Mama bloß ein schäbiges, altes Auto fuhr. Dabei war Jazzy früher ebenfalls kindreicher Eltern gewesen. Bevor ihr Vater weggegangen war. Sie hatten in einem schönen Haus gewohnt und ein schönes Auto gehabt. Jede Menge Klamotten, leckere Sachen zu essen. Hungern mussten sie auch jetzt nicht. Das hatten sie Onkel Danny, Dads Bruder, zu verdanken. Das verletzte zwar Mamas Stolz, aber sie ließ es zu, weil sie nicht wollte, dass es Jazzy und Janie an etwas fehlte. Und Tante Leila sorgte dafür, dass sie Kleider zum Anziehen hatten. Zwar keine super schicken Markensachen, denn Tante Leila war, wie war nochmal das Wort dafür? Ja, genau, bescheiden. Nicht geizig, nicht egoistisch, sondern bloß umsichtig in Gelddingen. Was Mama gerade lernte, weil sie jetzt arbeiten gehen musste und nur wenig verdiente. Sie wohnten in einer kleinen, schäbigen Drei-Zimmer-Wohnung im vierten Stock eines Apartment-Gebäudes, dessen Aufzug wieder mal kaputt war. Und ihre Großmutter wohnte auch bei ihnen. Jazzy verzog das Gesicht. Grandma war Daddys Mutter und konnte ziemlich gemein sein. Sie war diejenige, die Tante Leila als geizig und egoistisch bezeichnete. Bloß, weil Grandma dumm war. Sie hatte sich zu viel Geld geborgt und deswegen ihr Haus verloren und alles nur wegen Jazzy's Vater, der kein einziges seiner Versprechen gehalten hatte. Arschloch, murmelte Jazzy und war ziemlich stolz, weil sie nicht gestottert hatte. Kein bisschen. Arschloch, wiederholte sie und betonte dabei bewusst beide Silben, wie die Sprachtherapeutin es ihr beigebracht hatte, weil Arschloch gleich aus mehreren Lauten bestand, die ihr Mühe bereiteten. Es war ein verdammt gutes Wort und den Aufwand wert, es zu üben, weil man es immer wieder brauchte. Sogar oft. Vor allem, wenn sie an ihren Vater dachte, was sie in letzter Zeit häufig tat, seit sie aus ihrem alten Zuhause hatten ausziehen müssen. Mama hatte mit allen Mitteln versucht, das Haus zu halten, aber ihr Sekretärinnengehalt genügte schlicht und einfach nicht. Dabei war es nicht ihre Schuld, sondern die ihres Dads, der, wenn man ihrer Grandma glauben wollte, immer alles richtig machte und bestimmt schon bald zurückkehren und sich um sie kümmern würde. Dieses bald zog sich nun schon fast drei Jahre hin. Das war eine lange Zeit, wenn man elf war. Jazzy zog sich am Geländer die letzte Stufe hoch. Die Wohnungstür stand offen und Jazzy spürte es. Etwas fühlte sich falsch an. Diese bleierne Angst, die sie regelrecht auf der Zunge schmecken konnte. Widerlich nach... Am liebsten wäre sie in Tränen ausgebrochen. Nach Klo. Nicht schon wieder, Mama. Nicht heute. Jazzy war todmüde. Ihr war fürchterlich heiß, aber sie würde Mama sauber machen müssen. Janie sollte sie nicht so sehen. Auf keinen Fall. Sie ließ die Schultern sacken und ihre Augen füllten sich erneut mit Tränen. Verdammt, Mama. Manchmal war ihre Mutter so traurig. An manchen Tagen schaffte sie es noch nicht einmal, aus dem Bett aufzustehen. An anderen kam sie früh von der Arbeit nach Hause und trank so lange, bis sie auf dem Sofa einschlief. Das waren die Tage, an denen sie die Vorhänge vollständig zuzog, damit kein Lichtschimmer hereindrang. Dunkle Tage. In mehr als nur einer Hinsicht. An diesen Tagen sammelte Jazzy die leeren Flaschen zusammen und warf sie in den Müll. Dann machte sie ihre Mama sauber und breitete eine Decke über sie, damit es so aussah, als mache sie bloß ein Nickerchen und als sei nicht der Alkohol schuld an ihrem Zustand. Jazzy wollte nicht, dass Janie etwas mitbekam. Mit ihren fünf Jahren verstand ihre kleine Schwester nicht, was es mit diesen dunklen Tagen auf sich hatte. Und heute stand ihnen wohl wieder einer bevor. Jazzy würde nach ihrer Mama sehen und dann Tante Lila anrufen, damit sie Janie aus dem Kindergarten abholte, weil Mama nicht Auto fahren durfte, wenn sie getrunken hatte. Ohne den Rucksack abzunehmen, schlich sie auf Zehenspitzen ins Wohnzimmer, damit sie ihre Mutter nicht weckte. Sie wusste, wie ungehalten Mama sein konnte, wenn sie getrunken hatte. Sie bahnte sich ihren Weg an den Möbeln vorbei. Einige Sachen hatten sie aus dem alten Haus mitgenommen. Schicke Möbel, die so gar nicht in den schäbigen Raum passen wollten, aber immerhin waren sie vertraut. Der Sessel in der Ecke war sozusagen Jazzy's Privatbesitz. Seit Urzeiten. Schon in ihrem alten Haus. Es gab ihr ein Gefühl von Sicherheit, sich darauf zusammenzukuscheln. Außerdem war er perfekt gewesen, um dahinter in Deckung zu gehen, wenn ihre Eltern sich gestritten hatten. Das hatte sie früher oft tun müssen. Vielleicht waren es ja doch nicht so glückliche Zeiten gewesen. Sie stolperte über irgendetwas und konnte sich in letzter Sekunde an der Sofa-Lehne festhalten, als sie ein lautes Geräusch hörte. Ein Rascheln. Dann ein Poltern und ein dumpfer Knall. Und dann eine Männerstimme, die fluchte. Jemand ist hier. Im Garderobenschrank. Jazzy stockte der Atem. Sie öffnete den Mund, wollte nach ihrer Mama rufen, schloss ihn jedoch wieder. Nein, verstecken ist besser. Sie ging auf die Knie und kroch hinter den Sessel. Hier würde sie keiner finden, solange es dunkel im Raum blieb. Wieder fluchte der Mann im Schrank. Obwohl seine Stimme gedämpft war, verstand sie, was er sagte. Schlimme Schimpfworte. Und, oh Gott, oh Gott. Sie kannte die Stimme. Was hatte er denn hier zu suchen? Wo ist Mama? Sie konzentrierte sich darauf, ganz flach zu atmen, geräuschlos, bis ihr Blick auf den Fußboden vor dem Sofa fiel. Ein Schuh. Sie war über einen Schuh gestolpert. Mamas High Heel. An ihrem Fuß. Wie gebannt starrte sie ihn an. Konnte den Blick nicht abwenden. Mamas Rock. Ihr hübsches Kostüm, das sie zu Hochzeiten und Schulfeierlichkeiten trug. Sie hatte sich in Schale geworfen. Sie wollte kommen, dachte Jazzy. Mama hatte den Kunstbazar also doch nicht vergessen. Aber sie lag auf dem Fußboden. Bewegte sich nicht. Er hat ihr wehgetan. Schon wieder. Aber sie hat ihn nicht. Hiet da. Was hat er. Alles in den Fußboden. Çok gut. Wie heben? Sehr gut. Was hat er. Vielen Dank.